so im schönsten kieler schmuddelwetter bin ich jetzt bei premium mobile kunst in gettoff und darf mir dort also gleich einen echten land rover defender 90 mal angucken und mal schauen was den von dem modell von lego unterscheidet ja bin gleich mit herrn freese verabredet und da hinten da soll er dann auch schon stehen der land rover dann bin ich mal gespannt wie exakt lego da denn gearbeitet hat das gute teil nämlich das werden wir uns dann gleich mal genauer angucken und ja man erkennt schon die kastenform und da bin ich gespannt vielen dank dass das heute hier möglich ist schon mal an kunst familie kunst in gettoff und da ich diesen namen natürlich jetzt öfter hier auch sage ist das obwohl ich von denen natürlich nichts bekommen außer die möglichkeit dass sie auch zeigen zu dürfen trotzdem dauerhaft jetzt mal werbung eingeblendet abgesehen davon dass ich das lego modell ja auch kostenfrei von lego vorab als rezensionsexemplar bekommen habe so dann fühlen wir dem ganz fühlen wir dem ganzen doch mal auf den zahn guck mal schon mal schön geklebt gar kein aufkleber herzlich willkommen hier in gettoff und zwar neben mir steht ein echter fachmann für autos das ist mal was ganz neues hier auf diesem kanal deswegen werden wir uns nämlich gleich diesen defender auch mal original angucken zusammen mit dem entsprechenden lego modell und mir steht ja herrmann frese vom premobile kunst aus gettoff genau also hier wenn man große autos und teure autos kaufen will ist man hier auf jeden fall glaube ich richtig und da wir den namen vielleicht ein zwei mal noch nennen steht hier oben natürlich auch werbung obwohl ich hier nichts für kriege und wir versuchen natürlich trotzdem kritisch und zumindest mit dem lego modell auseinanderzusetzen was haben wir jetzt erstmal das große modell was hier drunter steht was ist das ja wir haben hier ein defender 90 aus 2015 einer der letzten ähnlich zu dem lego modell wie auch hier zu sehen das haben wir aber jetzt natürlich in schwarz den gab es aber in verschiedenen farbgebungen wahrscheinlich ja über die jahre gab es verschiedene farben verschiedene ausstattungsmöglichkeiten sondermodelle und bei dem lego modell haben wir so ein heritage grün das gab es auch eine gewisse zeit lang wie auch jetzt gerade wieder beim neuen defender genau also sand green nennt sich das lego ja dann das ganze ein modell 240 euro was hat denn der echte defender mal gekostet oder was kostet heute einer diesen defender den defender classic gibt es so nicht mehr der lag je nachdem motor ausstattungsvariante zwischen 30 50.000 euro es gab sicherlich auch fahrzeuge in der sonderausstattung die noch etwas teurer waren aktuell muss man für neuen defender um die 50 bis 130.000 euro bezahlen also dann ist das lego modell doch mit 240 noch ein schnabber hat zumindest man kommt allerdings nicht so weit damit hat aber das gesamte an ausrüstung noch dabei also hier finden sich ja noch als möglich vom wagenheber über reservekanister ein ziemlich cooler kleiner werkzeugkasten und auch hier diese schienen oder bretter die glaube ich dafür da sind wenn man sich im sand festgefahren hat ja genau als hilfe um wieder rauszukommen sind die dafür da das gab es eine gewisse zeit auch als zubehör bei dem fahrzeug gewisse zeit heißt also wenn ich mir jetzt sind die fender kaufe und sage ich möchte gerne in st peter ording aber über den strand brettern und will mich da nicht festfahren kriegt das nicht mehr da muss ich dann doch von mir versuchen anders raus zu bewegen es gibt beim neuen defender sehr viele verschiedene zubehörer und ausstattungspakete auch um gewisse geländeteuglichkeit noch hinzukriegen und das gibt es also die käufer heute wollen das auch noch oder also haben sie eine idee das meiste ist ja wahrscheinlich dann doch eher man fährt damit in schleswig-holstein rum und macht mal mit der familienausflug dass man da wirklich ins gelände fährt zumindest bei denen die sie verkaufen doch wahrscheinlich weniger oder gibt es da welche die sagen oh ja paris dakar wollte ich schon immer mal nachfahren ja es ist weniger als noch beim alten fahrzeug aber sowohl der alte wie auch der neue defender sind hundertprozentig alltagstauglich aber auch im gelände bewegbar die meisten fahren damit einfach nur in die stadt oder über die landstraße die selten wird da wirklich mit ins gelände gefahren sie sagt mir vorhin auch schon so im vorgespräch dass durchaus daher auch dann fangruppen da sind also die einfach ja die dinger sammeln dann auch oder die auch einfach es cool finden überhaupt so was zu haben und sich dann auch untereinander austauschen habe ich das richtig verstanden also die richtige fangemeinschaft um den defender gibt oder land rover oder was ist das an die fangemeinschaft land rover fangemeinschaft defender defender 90 was ist sozusagen das wo die leute sich identifizieren mit ja vor allen dingen beim alten defender gibt es eine große fangemeinschaft die die wirklich sehr viel freizeit auch mit ihrem auto verbringen und es lieben und pflegen speziell beim defender natürlich haben wir auch über die komplette land rover modellpalette fans und menschen die wirklich nicht nur ein auto hatten sondern immer wieder auf die modelle zurückgreifen aber man kann das bei dem modell besonders hervorheben auf jeden fall ja also macht auf jeden fall wir können ja vielleicht da wir nachher auch einmal den neuen film drin dass man eine idee hat was man da heute bekommen würde ich erkenne schon relativ viel auch wieder was ich beim bau entdeckt habe und vielleicht können wir gleich einmal rumgehen und mal so ein bisschen vergleichen auch mit dem was jetzt bei dem modell hier ist das ist ja laut lego ja glaube ich die 80er jahre variante aber man sieht doch eine menge zum beispiel hier sehe ich diese scheibe was wir da oben auch haben können wir uns gleich noch mal genauer angucken und 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 wir haben ja auch zwei verschiedene motoren und da können wir gleich auch mal vergleichen weil hier drin ist glaube ich der diese genau also bei unserem fahrzeug hier haben wir den schwarz den den fünfzylinder diesel wie auch in dem paket enthalten das ist eigentlich der motor der da rein gehört der am meisten verkauft wurde und am beliebtesten ist natürlich gibt es wie bei ihnen jetzt in der hand auch den v8 benziner das ist aber eher ein seltenes gut deswegen hat lego den nämlich auch nur den kann man am anfang bauen aber laut anleitung einbauen wird man den anderen also das ist tatsächlich auch tatsächlich von lego auch so erkannt worden wohl dass das andere wohl die beliebtere variante ist so wir starten mal mit der front wir sehen hier beim modell da steht ein großes defender mit aufklebern allerdings da muss man ein bisschen aufpassen dass die sachen auch da einigermaßen schier zusammen gehören das haben wir immerhin hier auch das muss man aber nicht selber kleben vermutlich nein das ist serie aber was das modell hat zumindest so in dieser aufbau variante ist noch diese ganzen sachen drumherum vorne dass man da also auch noch hier so eine seilwinde hat und sowas wo ist ihre seilwinde ja die hat das fahrzeug nicht hier geht es mehr um die optik als zum nutzen das lego modell ist natürlich sehr stark ausgestattet für für das offroad das kann unser nicht ja ist ja auch tatsächlich man kann sich auch umbauen also wenn man will kann man glaube ich auch die sogenannte essential variante bauen und dann ist sie nämlich auch ohne das ganze gerödel dran vielleicht noch mal gleich wo wir gerade mal stehen ich kann mal von der seite gucken weil das ist ja ein defender 90 was sagt die 90 90 im endeffekt die kurze variante die dreitürige variante des defenders wir haben oder grundsätzlich gibt es noch den 110er der dann vier türen hat und den 130er der dann noch mal länger ist als prütsche oder mit einer ladefläche hinten das ist so die die erklärung dazu okay also sozusagen die kürzeste variante ja passt eine ganze familie und man schon ein bisschen sich rein quetschen was sind für reifen hier drauf typischerweise also hier gehören at reifen drauf die fürs gelände dann gemacht sind dass man dadurch durch den matsch oder den sand sich kämpfen kann und beim lego modell wurde das auch so ein bisschen thematisiert sage ich mal genau also ich meine was ich mal wieder falsch mache ist die dinger teilweise falsch rauf ziehen weil es gibt glaube ich ein vorne und ein hinten wobei beim lego modell ist es glaube ich jetzt idiotensicher weil die riffelung so ist egal wie man es rauf zieht bei dem wäre es nicht egal oder grundsätzlich gibt es reifen mit laufrichtung gibt auch welche ohne das ist immer sehr abhängig vom profil von der anforderung der reifen was mir schon mal aufgefallen ist wir haben ja jetzt hier beim leben lego modell relativ schöne man möge mich korrigieren wenn es falscher technikus oder falscher name ist dieser radkasten der hier ziemlich genau finde ich getroffen ist ja das haben wir gut gemacht also das sieht genauso aus wie beim originalen fahrzeug da steht natürlich jetzt nicht ihr name dran aber ich glaube das modell werden sie auch verkaufen oder ja das werden wir auch im angebot haben also das lego modell meine ich jetzt auch das auto kriegt man zwar in der variante oder gibt es auch noch dieses alte modell also dies hier könnte man das kaufen bei ihnen gebraucht gibt so was natürlich noch allerdings relativ selten was mir schon mal gleich wieder auffällt man baut nämlich bei dem modell hier oben da sieht man es nämlich auch diese scheiben das ist eine relativ große scheiben fläche die hier verbaut ist man sieht allerdings nur so ein bisschen und tatsächlich war ich jetzt sehr erfreut zu sehen dass hier tatsächlich auch diese scheiben da oben sind allerdings von unten also hat nicht so ein himmel also es ist tatsächlich kein cabrio nein das ist das wurde sehr gut nachgeahmt beim beim lego modell das haben die defender alle so dass man noch ein bisschen licht von oben hat dann ja also wir können ja mal sieht man das jetzt so ein bisschen das modell links von der form was würden sie sagen gut getroffen einigermaßen ja das haben die gut gemacht ich meine der defender ist ja recht kantig recht eckig das kann lego gut das muss man auch sagen das ist glaube ich dankbar weil sie haben ja auch versucht so supercars und solche sachen zu bauen und da gibt es immer wieder kritik und das kriegen sie die form haben aber nicht hingekriegt bei so einem kantigen modell geht das einigermaßen ich muss ja gestehen für mich war am anfang auch die frage ist jeep nicht so ein uberbegriff aber das jeep ist eine andere marke logischerweise was ein unterschied zwischen land rover und jeep ja das sind völlig verschiedene marken land rover ist eine englische marke jeep kommt aus amerika viele haben den begriff jeep quasi als geländewagen abgespeichert das ist so nicht ganz richtig jeeps beziehungsweise die marke jeep baut ja auch geländefahrzeuge aber das sind zwei verschiedene modelle wo gibt es denn wer werden die größere fanbase die jeeps oder die land rovers da lässt sich drüber scheiden was aber hier mir auch aufgefallen also hier beim bau was ja sowieso sie haben ja glaube ich das hatten sie mir schon erzählt das technik modell haben sie selber auch gebaut genau von dem neuen defender das lego technik modell habe ich selber zu hause stehen das war schön zu bauen bei dem ist das ja ein bisschen mehr optik noch genau es ist ja auch mehr ein normal technik oder normal steine modell wobei kann ich berichten dass tatsächlich beim bau sehr viel technik auch verbaut wurde also gerade diese gesamte deswegen wir haben ja hier zum ersten mal stoßdämpfer mit drin wir haben eine funktionierende lenkung und 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 das alles zu realisieren da sind viele pins und viele technikelemente also gefühlt sich so halb halb fast an wahrscheinlich so ein drittel zwei drittel also und dabei deswegen kam ich drauf diese fuß hier unten diese fuß wie nennt sich es fuß 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 die trittstufen das ist hier auch so also bei dem muss man so unten so reinstecken hier ist wahrscheinlich geschweißt würde ich mal vermuten ja da muss man auch ein bisschen gewicht drauf haben können das ist noch ein bisschen anders gemacht aber das haben die schon ganz gut ganz gut nachgehabt ja und man kann auch bei dem modell jetzt hier die türen öffnen hier mal machen da sehen wir es und was wohl typisch ist dieses braune design von den sitzen das ist heutzutage nicht mehr so also beziehungsweise ist ja ein etwas älteres modell hier könnt ihr mal reingucken oder ist das nur der überzug und darunter ist auch dieses braun das tatsächlich dunkel gehalten bei dem fahrzeug aber das ist individuell beziehungs individuell bestellbar gewesen oder auch jetzt immer noch beim neuen fahrzeug können wir mal gucken was haben wir denn jetzt haben wir hier was haben wir denn hier ein interieur da drin da gibt es auch diese runden sachen sie haben keine rote kaffeetasse bei sich drin da ist noch die soll es die handbremse sein oder der soll wahrscheinlich der gang schaltung sein da für die untersetzung hat er ja noch ein extra griff und die handbremse dürfte da hinten auch sich verstecken und das haben wir hier da oh ja das doch da sehen wir auch die beiden da sind sie tatsächlich die beiden knüppel der eine kürzer der andere lang und dann auch so dieses runde man kann es jetzt hier ist ein bisschen dunkel doch jetzt sehen wir es diese runde anzeige bei dem modell kann man ja auch wenn man möchte sich das tatsächlich auch umstecken also hier haben wir jetzt ja die deutsche variante natürlich mit dem lenkrad links dem modell so wie es gebaut habe ist rechts aber das kann man einfach umstecken und dann hat man es auch die lenkung funktioniert dann nämlich trotzdem das ist nämlich ganz cool von lego auch gelöst ja ihnen fehlt die rote tasse die hat lego dann doch sehr prägnant da reingemacht und auf der anderen seite sieht man da haben sie so ein telefonhörer da drin das ist hier ist einfach nur normale beifahrerseite obwohl das sie doch sieht man auch doch jetzt wo ich da gucke also das ist natürlich nicht ein telefonhörer aber diese dieses vorstehende schwarze das ist der griff ja genau also so ein griff wozu ein griff wenn es im gelände mal ein bisschen schwieriger wird muss man sich auch festhalten können dass man da nicht zur seite weg gibt zur tür das fahrzeug kann halt wirklich sehr viel im gelände und da braucht man schon mal ein paar möglichkeiten sich festzuhalten ja cool also der griff ist tatsächlich also ich hatte erst gedacht was soll denn dieser dieser komische telefonhörer da aber jetzt macht das sinn das soll also dieser griff tatsächlich sein ja cool da tatsächlich bei einen kurzen lang da das sieht man haben wir so tatsächlich auch also war bei ihrem modell sozusagen oder ihrem was wir hier stehen haben sehr ähnlich wir gucken mal auspuff da haben wir hier das ist was beim bauen immer wieder abfällt bei mir aber guck mal ja gott da haben sie jetzt nicht so viel anders gemacht war wahrscheinlich auch nicht nötig und wir haben hinten noch das reserverad und auch ja man ändert sich viel beim bauen nämlich auch hier das ist nämlich bei dem modell auch dass man da was anhängen kann anhängerkupplung allerdings was immer wieder abfällt wenn man es an der falschen stelle anfasst das wird hier massiver sein wir können wir gleich mal vergleichen von hinten was ist hier prägnant das haben die mit dem kanzler gut gemacht das ist wirklich an der gleichen stelle und auch so eckig genau das ist ein typisches format die fender das ist immer in dieser größe man sieht aber auch durch die breite tür ist auch halt nicht viel platz die fender hat hinten immer dieses format das haben die auch ja dann gucken wir doch gleich mal dass die leiter haben sie nicht und auch den feuerlöscher nicht aber das eckige ja da sehen wir es eckig da und auch tatsächlich mit so einer platte da drüber hier die anhängerkupplung ja ich bin und auch das fenster kann man hinten ist da auch so türenmäßig dass man es öffnen kann und da sind auch also in dem modell sind hier hinten so ja das ist ein bisschen anders hier glaube ich das sind so einzelsitze bei dem anderen sind so bänke tatsächlich die hier ein bisschen bei dem modell jetzt hier glaube ich ein bisschen anders sind das ist so ausklappbänke oder was ist das genau das sind bänke die man runterklappen kann dann zu einer bank quasi dass da noch zwei plätze sind und das ist halt der defender wurde so lange gebaut und in so verschiedenen versionen sowohl zivil als auch für behörden oder rettungsdienste der verschiedensten arten da gibt es einfach so viele möglichkeiten der individualisierung das kam mit den jahren ja cool ja sehr schön wir wollen ja uns den motor noch mal angucken da können wir ja noch mal reingucken so da haben wir noch mal die beiden lego varianten die habe ich jetzt da rausgenommen links der diesel rechts der otto motor das ist also was wahrscheinlich ihnen auch schon aufgefallen ist hier mit würstchen schwarzen würstchen dargestellt da haben sie jetzt nichts keine würstchen sehe ich und dafür aber den motor was erkennen sie denn wieder was bei dem modell jetzt in dem echten motor auch ist irgendwie sieht es doch ein bisschen anders aus wo ist denn das gummiband ja also in unserem fahrzeug hier da ein bisschen jünger ist schon anderer diesel motor drin es ist immer noch ein fünf zylinder motor wie auch das was für lego gebaut hat das ist diese fünf dinger sozusagen links hier genau wo sehen wir die hier etwas besser versteckt bei dem fahrzeug die sieht man eigentlich gar nicht durch die thermik aber das was bei dem otto motor rechts ist das ist halt ein v8 motor und der hat innenliegend die ansaugung das sieht so aus wie wie so würste die dann zu dem zu den zylindern gehen aber das modell von lego ist ja etwas soll ja ein etwas älteren defender nachahmen aber das gummiband sehen wir da sozusagen das ist quasi das gummiband ne das ist auf der anderen seite ne das ist sozusagen das was die hier mit rotem gummiband benacht haben genau das ist ja der riemen dann der ist jetzt etwas anders positioniert aber grundsätzlich ist das schon sehr ähnlich zur realität ja und hier ist auch sehr hier vorne da sehen wir es zumindest angedeutet dass wir hier noch da sich irgendwas drehen dürfte was wir hier auch haben das ist aber hier jetzt nicht zu erkennen ne das ist abgedeckt aber da hat er auch noch die kühlung ja also wie ist was ist da für heute für ein motor drin also bei dem neuen modell oder fahren die jetzt auch schon alle eh nein den neuen gibt es als plug-in hybrid zwar auch schon aber wie auch in unserem fahrzeug diesel antrieb das ist so dass was am meisten gekauft wird dann aber schon mit sechs zylindern und ein bisschen mehr leistung aber den v8 benziner wie wir den im modell sehen so eine art kann man defender immer noch kriegen auch mit anderen benzinmotoren also man hat auch beim neuen sehr viel individualisierungspotenzial der hat jetzt hier noch so ein komisches schwarzes teil was da irgendwie hoch geht was wenn man falsch anfasst auch wieder abfällt was ist das ja das ist sogenannte schnorchel darüber wird die luft angesaugt für den motor haben sie nicht hier ne unser fahrzeug hat das nicht das ist im endeffekt wenn man durch wasser fahren möchte dass die luft trotzdem normal angesaugt werden kann wird aber auch gerne mal verbaut auch für die optischen zwecke das sieht auch ganz ganz cool aus ja genau ja und wenn es dann mal wieder nicht wenn man keine lust hat die brücke zu nehmen hier nicht was weiß ich hier nordostseekanal die brücke mal wieder dicht ist dann ja gut vielleicht sollte man auch aber das ist tatsächlich so dass der motor also jetzt mal also wenn er wirklich so tief einsackt dass der motor komplett im wasser wäre würde er noch fahren die oder die fahrzeuge können schon ziemlich tief durchs wasser der neue defender der ist bei 90 cm tiefe die er durchfahren kann ohne diesen schnorchel also da kommt man schon auch ohne extras ziemlich ziemlich gut voran also jetzt auch für sie weil sie ja technik gebaut haben da drin sehen sie jetzt nämlich da auch die ganzen zahnräder die ja dann für die lenkung da sind die zwar so ein bisschen schwammig sich fährt aber man kann zumindest machen und wir sehen da natürlich da drin tatsächlich relativ viel technik hier was ist das hier das gelbe oder der gelbe einer ist ja das soll wie bei unserem fahrzeug im endeffekt da hinten die kühlflüssigkeit beziehungsweise den behälter der kühlflüssigkeit darstellen und das anthrazit blau hier das wird wie das kühlwasser rechts das kühlwasser sein genau die kühle der hier scheinwaschflüssigkeit natürlich ah ja er passt ja auch von der lage ja das ist schon sehr detailgetreu erstaunlich ja man sollte ich sollte mich doch mal mit autos beschäftigen ja gut ich glaube was haben wir sonst noch irgendwas bei dem modell jetzt mal sie machen müssen ja nicht für also machen ja keinen werbung für natürlich eher für ihre autos aber wir müssen ja nicht das modell verkaufen also können sie jetzt mal ganz unvoreingenommen sagen sehen sie farbabweichungen jetzt hier in diesem sand green wenn sie da jetzt mal gucken das ist so die klassische frage die man sich immer bei den lego modellen stellt ich sag gleich mal ob ich sehe minimal könnte man da schon so ein bisschen abweichungen sehen aber ich würde jetzt das nicht als wirklich stark ansehen ich finde das ist in ordnung ja also ich fand es fast auf der packung sagen wir es nämlich auch sah es schlimmer aus es ist man weiß immer nicht was ist sozusagen tatsächlich lichtspiegelung und was ist tatsächlich falschfarbe also ich habe auch das gefühl dass hier zum beispiel das teil ein tick dunkler ist als da drüber oder hier auch diese seiten tatsächlich ein bisschen dunkler sind wenn man so in den bereich guckt das ist schon leicht unterschiedlich ja aber je weiter man weg geht umso weniger sieht man es genau im großen ganzen wenn man das so betrachtet das ist schon das passt schon das ist in ordnung finde ich die leute die so einen wagen kaufen hatten wir vorhin ja schon geredet da gibt es ganz unterschiedlich was man damit machen kann also wird gibt es auch diese alten noch also aus den 80ern also sind die wirklich so haltbar gewesen dass die heute eigentlich noch alle gut fahren oder muss man sagen naja also es ist wie jedes normale auto irgendwann ist dann Schluss wie jeder oldtimer der braucht auch Defenderliebe der braucht Zuneigung man muss am auto arbeiten je nachdem wie stark er benutzt wurde wenn so ein fahrzeug natürlich regelmäßig im Offroad unterwegs war muss ein bisschen mehr gemacht werden aber es sind robuste fahrzeuge die Motoren halten gut und das ist schon ein schöner Klassiker also zumindest ist er wirklich habe ich jetzt Details immer entdeckt er hat keinen hier Radioempfang ist bei dem nicht also das haben sie dann weggelassen das ist auch noch so eine richtige Antenne man denkt ja auch wenn man heute Auto fährt die haben ja gar keine Antennen mehr solcher Art die man sich immer gerne mal abbrechen lässt wenn man es vergessen hat aber damals war das noch so gibt es heute noch Autos mit solchen Antennen? ne mit solchen nicht mehr obwohl noch viel mehr empfangen werden muss bei aktuellen Autos das ist ja auch vorbei also Radio und wir hatten noch Radio und alle streamen ja naja gut stimmt wir haben ja noch die Federung hier da vier Federn die roten davon ja beim Auto ist es gang und gäbe das wird eine Federung haben ja selbstverständlich klar die wird nicht ganz so weich sein wie bei dem aber kann man das irgendwo sieht man die doch da wenn ich jetzt ich muss mal hier ganz tief gehen ist natürlich nicht rot aber hier sehe ich sie nicht noch da aber das sind ganz normale sind das Besondere bei so einem Auto? also damit die im Gelände besser können? oder sind die besonders weich? oder sind die besonders hart? was macht man bei solchen Autos? das Fahrzeug hier ist so vom Band gelaufen da wurde jetzt was das angeht nichts verändert aber man kann natürlich so ein Fahrzeug höher legen um noch mehr Bodenfreiheit zu schaffen das wird gerne mal gemacht und sonst zu hart dürfte es natürlich auch nicht sein aber das sind schon sehr da gibt es Spezialisten die beschäftigen sich sehr stark damit die wissen was da gemacht werden muss was solche Autos glaube ich auch noch haben das ist noch die letzte Sache es glaube ich hat normalerweise so ein Sperrdifferenzial das hat nämlich das hat das Technikmodell glaube ich das hat aber nicht der hier was ist das Sperrdifferenzial? das Sperrdifferenzial ist im Endeffekt der kleinere Hebel rechts der aber auch im Modell im Innenraum ja dargestellt der Hebel ja genau und das ist fürs Gelände im Endeffekt notwendig um die Räder miteinander zu sperren dass die gleich schnell und gleichzeitig sich bewegen um sich aus Matsch rauszufahren oder ähnlichem ja also damit die sozusagen gleich laufen oder für mich als Laie jetzt das Differenzial würde ja sonst die Leistung nur auf ein Rad schieben und durch das Sperren wird das aufgehoben ja vielen Dank an Herrn Frese für die Auskünfte und dass er hier den Spaß mitgemacht hat hier ja nochmal so ein Blick wenn man schon mal da ist dann einfach mal draufhalten nochmal wie so ein Land Rover von heute denn aussieht wenn man so knapp 100.000 Euro dafür ausgeben möchte der ist oben rechts ist das Modell von 2019 die Technik Variante die ja eher auf dem neueren ja auch beruht und ja man erkennt dass sich an der Grundform relativ wenig was verändert hat natürlich alles irgendwie ein bisschen modernisierter ist und auch das Technik Modell hat ja durchaus noch ein paar Refinessen wie zum Beispiel ja wirklich eine Schaltung Getriebe und sogar drei Differenzialen ja jo deswegen kam ich ja auch darauf dass ich sagte naja irgendwie ein bisschen langweilig dass wir schon wieder einen haben ich verstehe inzwischen dass da durchaus mit den Jahrzehnten sich ja auch was verändert hat und da vielleicht auch die Leidenschaft für das alte Modell durchaus noch da ist ja und keine Klemmbaustein übrigens Folge wo es nicht auch um Geld geht ja man achte gerade eben auf dem Schild da stand Aktionspreis den Wagen hier was kein Land Rover ist sondern ein Range Rover 206.000 als Angebotspreis ja apropos Angebotspreis also den Land Rover so wie er von Lego erscheint der ja mit 240 Euro wirklich sehr ambitioniert ja bepreist ist auch nach Ansicht vieler und wahrscheinlich der Hauptkritikpunkt auch ist der Preis der lässt sich natürlich durchaus drücken weil ab 1. Juli das Modell auch bei anderen Händlern zu erhalten ist und da ist der Preis schon selbst im Vorverkauf jetzt schon so unter 200 also das ist schon mal eine andere Hausnummer und da wird es für einige vielleicht auch interessant einfach die drei Monate noch zu warten so jetzt gucken wir uns nochmal das Modell weil ich ja auch noch ein richtiges Review machen will am Ende detaillierter nochmal an ich mache es auch ein bisschen schnell das meiste haben wir ja auch schon gesehen auch in meinem Bautagebuch während sie sah dass hier die Aufhängung ist die ja auch unten richtig so ein bisschen reingehängt ist das erkannte man ja auch an meinem Bautagebuch wir haben schon drüber geredet dass es durchaus Farbabweichungen hier gibt je nachdem wie man sich es ansieht hier sehen wir auch nochmal Radkasten dargestellt ist der wie ich finde wirklich dem Original erstaunlich nahe kommt und dann vorne sehen wir auch schon wieder das hängt da so ein bisschen bei mir hat das wirklich das war so eine Sollbruchstelle ohne das Soll wahrscheinlich nur Bruch nämlich da sieht man es es fiel bei mir immer wieder ab das Teil auch wenn es an mehreren Noppen hängt eigentlich an zweimal vier irgendwie war es immer sowas was immer wieder abfiel hier können wir nochmal reingucken da sind die Zahnräder sagt ihr ja auch schon vorbereitet links und rechts je nachdem wo man gerne das Lenkrad hin haben möchte hier sehen wir nochmal Pedale auch da unten mit auch dem Rad und auch der Kaffeetasse und hinten diese zwei Hebel die wir im Original dann auch gesehen haben da kennen wir auch ja tatsächlich das Ganze bewegt sich je nachdem wie ich es drehe ist aber zumindest in meiner Version so wie ich sie gebaut habe und ich hoffe dass ich da keinen Fehler gemacht habe ein bisschen schwammig aber es ist tatsächlich auch kein Modell mit dem man wahrscheinlich ewig und drei Tage rumspielt weil das ist mir dann auch aufgefallen vielleicht auch dadurch während wir hier auch diese Griffe die dann aus Telefonhörern gemacht sind sehen mit diesem auch braunen Interieur dass es natürlich ein Modell ist dass man zum Hinstellen hat und weniger zum Spielen und wenn man damit viel durch die Gegend das trägt und die falschen Stellen anfasst es fällt dann eben doch gern mal was ab hinten zum Beispiel von der Stoßstange die Teile sind mir öfter abgefallen dann wenn man dagegen kam vorne eben dieser Aufbau und ja das wenn man das hinten aufmachen will dann sollte man möglichst den Feuerlöscher wegnehmen oben dieses Gerödel das fand ich wirklich auch cool großteils also insbesondere den Werkzeugkasten fand ich sehr schön und hier sehen wir auch wie das aufgehängt ist tatsächlich sah man glaube ich auch bei dem Original dass es auch solche Verstrebungen da hatte teilweise also auch da hat man sich einem Anschein nach da orientiert da hinten sieht man es und ja dadurch hat das eben auch diese Möglichkeit jetzt die Stoßdämpfer praktisch dort einzusetzen es ist ein Hybridmodell man erkennt es unten ja auch und beim Dauertagebuch erkannte man es auch es ist viel Technik drin damit das auch mit den technischen Funktionen einigermaßen funktioniert wir haben keine Schaltung wie es zum Beispiel bei dem großen Technikmodell ist vom Land Rover das auch übrigens nochmal 10 cm länger ist hier ist nochmal der Wagenheber der sich tatsächlich auch so ein bisschen sie wagen wirklich damit heben kann man nicht aber er sieht zumindest so ein bisschen aus und wir können ja auch verschiedene Varianten mit auch unterschiedlichen Designs von der Motorklappe dort dann einbauen auch mit unterschiedlichen Nummernschildern beziehungsweise es sind zwar immer die gleichen aber je nachdem ob man den Kram da vorne dran hat und hinten dran hat kommt dann der eine oder andere rein und das sahen wir ja auch schon zwei verschiedene Motoren das ist hier der Dieselmotor sehr schön detailliert mit auch einigen Details die wir ja dann im echten Motor wiederentdeckt haben und dann die Variante Otto-Motor mit den Würstchen ja genau und dann gucken wir noch ganz kurz in die Anleitung da gibt es vorn einiges an Infos zum Land Rover da fehlt mir fast so eine Plakette die man noch daneben hätte stellen können wie man es zum Beispiel bei anderen Sammelautos ja auch hat aber das haben sie jetzt hier leider nicht gemacht in der Anleitung dafür aber schöne Infos eben wie es dieser Land Rover so durch die Zeit sich gezogen hat und es ist wirklich faszinierend was dafür also ich habe mich ja nun doch ein bisschen intensiver mit dem Ganzen beschäftigt was da auch um dieses Auto alles so an Infos aber auch an Fangruppen und so weiter existiert also da hat Lego glaube ich schon das richtige Modell gewählt um Leute dafür zu begeistern dann wenn sie selbst wenn sie mit Lego nichts zu tun haben sich damit auseinanderzusetzen und vor allem aus Lego Sicht natürlich auch zu kaufen hier haben wir die Varianten mit der einfachen da ist man schnell fertig mit dem Bauen unten aber eben auch die 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 dann diese ganzen Aufbauten noch dazu hat und das sind noch mal zwei drei Tüten mehr die das Ganze dann da erzeugen man kann aber auch eben das ganz schlichte Modell haben und das ist auch völlig okay und damit kommen wir zum Fazit und meins lautet zwar immer noch ist nur ein Auto und eine Eisenbahn wäre spannender aber das ist natürlich eine ganz spezielle persönliche Angelegenheit ich kann inzwischen deutlich mehr nachvollziehen weshalb da eine Begeisterung für ist und weshalb das auch viele vielleicht als das beste Lego Iconic Auto der letzten Zeit so sehen ich finde trotzdem es sind ein paar Sachen ein bisschen locker vorne eben oder auch an anderen Stellen wo da mal was abfällt aber das ist eben ein Hinstellmodell und kein Spielmodell und das ist natürlich dann dafür auch der Grund schön dass man jetzt eben auch Stoßdämpfer hat dass die Lenkung funktioniert wenn auch nicht Hand of God aber das hätte das Modell wahrscheinlich auch eher wieder verschandelt wenn man dann noch oben so einen Knopf rangebracht hätte und dass man sich unterschiedliche Varianten zusammenstecken kann natürlich auch auf Kosten dessen dass wenn man die ganzen den ganzen Kram drumherum nicht haben will viele Teile hat die nicht benötigt werden und das natürlich den Preis auch gedrückt hätte und der Preis ist sicherlich auch das große Argument und das große Problem an dem Modell weil 240 Euro so sieht es nicht richtig aus also 200 wäre wahrscheinlich eher so ein Preis wo man sagt ja das so wirkt das vielleicht sogar ein bisschen drunter aber durch die Angebote ab 1.7. wird das natürlich auch deutlich mehr noch in diese Richtung gehen oder ist es jetzt ja auch schon und dann könnte es durchaus glaube ich für viele interessant sein und das jetzt sozusagen als Zug aber gut das ist ein anderes Thema was sagt ihr denn dazu und damit sind wir auch mit meiner eigentlich nie so geplanten relativ langen Land Rover Serie hier auf dem Kanal durch und ich kann mich auch wieder anderen Themen widmen obwohl dieser Ausflug in diese Welt für mich persönlich auch mal sehr spannend war so das war's bis bald vielen Dank nochmal an das Autohaus auch bis denn und tschüss ach guck mal sogar noch ein weiteres Lego Modell hier hätte ich auch die Ducati mal mitbringen können um zu vergleichen aber es ist glaube ich ein etwas anderes Modell hier ja mal sehen wenn ein Jeep kommt dann schaue ich hier glaube ich wieder rein ach ja es gibt schon interessante Wegelchen das ist glaube ich